So Leute, willkommen auf meinem Channel. Heute zeige ich euch mal wie ihr den Taschenrechner, die Clock, den Kompass, die Voice Memos und die Aktien auf euren iPad bekommt ohne zusätzliche App, also Original von Apple. Dafür braucht ihr iOS 5 und ein iPad halt. Und das findet die ganze im Studio Store unter der Big Boss Repo. Und das heißt Bell Fry, B-E-L-F-R-Y. Da könnt ihr oben rechts auf Installieren gehen und dann installiert das Ganze. Das dauert ein bisschen, weil das ein bisschen größer ist, aber dann habt ihr diese sechs Icons auf eurem Homescreen. So, ich zeige es euch mal hier. Sprach-Memos, funktioniert super. Ist natürlich ein bisschen, weil es eigentlich für das iPhone komzipiert ist, ein bisschen kleiner dargestellt. Dann habt ihr hier noch den Taschenrechner, der funktioniert auch top, ist halt auch nur klein, könnt ihr aber hier unten größer machen. Dann Kompass, der jetzt diesmal auch klein. Funktioniert auch top. Die Uhr finde ich super, brauche ich keine Wecker-App mehr. Funktioniert super, der Wecker. Endlich mal geweckt werden, hier wie beim iPhone, schön schlummern, alles super, top. Ja, und Wetter-App funktioniert bei mir nicht wirklich, aber also okay. Also bei mir wird es immer hier, ich meine das funktioniert, aber hier wird immer 73 Grad angezeigt, was natürlich nicht sein kann. Auf jeden Fall danke an Belfry und ja, schönen Abend noch, schönen Morgen, wie auch immer. Haut rein, bewertet gut und seid freundlich.